Ist es möglich, ein Paar Schuhe für nur 4 Euro zu bekommen? Die Materialkosten für ein Paar Schuhe betragen 2,60 Euro. Die Kosten für die Verpackung betragen 20 Cent. 1,10 Euro sind für die Arbeitskosten zu veranschlagen. Für den Hersteller ist ein Profit von 40 Cent vorgesehen. Damit betragen die Gesamtproduktionskosten gerade einmal 4 Euro. In einem Geschäft müssen Sie für solch ein Paar Schuhe mindestens 33 Euro bezahlen und für einen zusätzlichen Einzelhandelszuschlag von 250 Prozent aufkommen. Bei Holi bekommen Sie die Schuhe trotzdem für 4 Euro, d.h. ohne jeglichen Preisaufschlag. Wir bei Holi bieten alle Waren zum Einkaufspreis an.